Guck mal her, das sind ja tolle Saftgläser. Sechs Stück kosten 8,99 Euro. Das ist ja fast wie geschenkt. Ja, ja. Willst du auch welche? Nein, ich habe schon Saftgläser. Ach so, diese Kerzenhalter da. Ja. Wie findest du die? Naja, ich weiß nicht. Oh, schau mal da. Kerzen machen so ein gemütliches Licht. Was ist besser? Eine große Kerze oder zwei kleine? Was meinst du, Sandra? Tja, ich weiß nicht. Das musst du selbst entscheiden. Ich nehme die hier. Die ist auch billiger. Guck mal, zwei kleine kosten 2,98 Euro und eine große nur 2,49 Euro. Aha. Super. Heute ist ein richtig guter Einkaufstag. Findest du nicht? Naja, geht so. Boah. Schau mal, wie viele Sachen ich schon habe. Ja, stimmt. Und eigentlich wollte ich hier einkaufen. Und dann kaufe ich pausenlos ein. Jetzt suchen wir was für dich. Du, nein, danke. Ich glaube, ich... Hey, guck mal da drüben. Die Tischdecken. Wow, sind die bunt. Die sind aber aus Plastik. Ja eben. Das ist doch das Beste. Die muss man nicht waschen. Oh mein Gott. Männer. Und? Wie findest du meine Wohnung? Ja. Schon ziemlich, ähm, ziemlich. Gemütlich. Stimmt. Gemütlich ist es. Bist du denn zufrieden mit deinem Einkauf? Ja, ich bin restlos glücklich. Das war eine wunderbare Idee von dir. Wirklich? Was gefällt dir denn am besten? Ich weiß nicht. Am lustigsten finde ich die plastikte Stecke, am schönsten den Wandteppich. Los, du musst mir jetzt helfen. Wir machen das Zimmer richtig schön. Na, das sieht doch schon super aus, oder? Ja. Wirklich? Komm, jetzt trinken wir auf unseren schönen Einkaufsvormittag. Vielen Dank, liebe Sandra. Hm, das ist aber ein leckerer Saft. Was ist das? Ananas-Orange-Mango? Nein, das, das ist. Ah, Mist. Wie bitte? Tim, zehn nach eins. Die Arbeit. Ich muss los. Tut mir leid, ey. Ich muss mich ganz schnell umziehen. Hey Anna, ich habe überlegt, eine Brustvergrößerung zu machen. Hast du schon darüber nachgedacht? Ja, ich habe auch darüber nachgedacht. Aber ich habe mich noch nicht entschieden. Wie bist du zu dem Entschluss gekommen? Ich fühle mich einfach nicht wohl mit meiner Brustgröße und ich denke, eine Vergrößerung könnte mir mehr Selbstvertrauen geben. Hast du Bedenken wegen der Operation? Ich habe tatsächlich ein paar Bedenken. Ich habe gehört, dass es ein paar Risiken gibt, wie Schmerzen und Narben. Was denkst du darüber? Ich denke, jede Operation hat ihre Risiken. Aber ich denke, die Vorteile überwiegen für mich persönlich. Ich habe auch ein paar Freunde, die es gemacht haben und sie haben gute Ergebnisse gehabt. Was denkst du? Ich denke, ich muss noch mehr recherchieren und mich mit einigen Ärzten beraten, bevor ich mich entscheide. Ich schätze deine Meinung, aber ich möchte sicher sein, dass ich alle Informationen habe, bevor ich eine Entscheidung treffe. Das verstehe ich. Ich habe auch eine Menge recherchiert und ich fühle mich sicher in meiner Entscheidung. Aber ich respektiere, dass jeder anders ist und seine eigenen Entscheidungen treffen muss. Haben deine Freunde oder Familienmitglieder irgendwelche Meinungen dazu? Einige meiner Freunde haben mich unterstützt, aber meine Familie ist etwas skeptisch. Sie sind besorgt wegen der Risiken und den Kosten. Ich denke, ich werde auch mit meinem Arzt über finanzielle Optionen sprechen. Ich verstehe, dass die Kosten eine Rolle spielen können. Ich habe auch darüber nachgedacht. Ich habe mich erkündigt, ob es irgendwelche Zahlungspläne oder Finanzierungsmöglichkeiten gibt. Das könnte für dich auch eine Option sein. Danke für den Vorschlag. Ich werde das definitiv in Betracht ziehen. Ich denke immer noch, dass ich mehr recherchieren und mich mit einigen Ärzten beraten möchte, bevor ich mich entscheide. Natürlich. Ich denke, das ist eine wichtige Entscheidung und es ist wichtig, dass du dich wohlfühlst und alle Informationen hast, die du brauchst. Ich bin immer für dich da, wenn du jemanden brauchst, mit dem du darüber sprechen kannst. Danke, das ist sehr nett von dir. Ich schätze deine Unterstützung. Ich werde dich wissen lassen, wenn ich mich entschieden habe oder wenn ich weitere Fragen habe. Natürlich. Ich werde auch da sein, um dir zu helfen, wenn du irgendwelche Unterstützung brauchst. Hey Tom. Hey Tom. Ich habe gehört, dass es wichtig ist, sich um unsere Herzen zu kümmern. Machst du irgendwelche Bewegungen oder Änderungen in deiner Ernährung, um dein Herz gesund zu halten? Ja, ich versuche, jeden Tag zu trainieren und auf meine Ernährung zu achten. Ich esse viele frische Früchte und Gemüse und versuche, meinen Fettkonsum zu reduzieren. Was machst du? Ich versuche auch, regelmäßig Sport zu treiben und mich gesund zu ernähren. Aber ich habe auch festgestellt, dass es hilfreich ist, stressige Situationen zu vermeiden und genug Schlaf zu bekommen. Glaubst du, dass das auch wichtig ist? Definitiv. Stress und Schlafmangel können das Risiko von Herzproblemen erhöhen. Ich versuche auch, genug Zeit für Entspannung und Ruhe einzuplanen. Denkst du, dass du deine Gewohnheiten noch verbessern könntest? Ja, ich denke, ich könnte immer noch einige Verbesserungen vornehmen. Ich werde versuchen, meine Stresslevel zu reduzieren und mehr Zeit für Entspannung einzuplanen. Vielen Dank für deine Tipps, Tom. Ich schätze deine Hilfe. Gern geschehen, Markus. Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns um unsere Herzen kümmern und gesunde Gewohnheiten pflegen. Ich habe auch gehört, dass es hilfreich sein kann, den Blutdruck und das Cholesterin zu überwachen. Ja, das habe ich auch gehört. Ich denke, es wäre eine gute Idee, meine Werte überprüfen zu lassen und sicherzustellen, dass sie in einem gesunden Bereich sind. Ich werde das bei meinem nächsten Arztbesuch erwähnen. Das ist eine gute Idee. Du solltest auch deinen Arzt fragen, ob es irgendwelche Tests oder Untersuchungen gibt, die du machen solltest, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist. Ich habe gehört, dass es bestimmte genetische Faktoren gibt, die das Risiko von Herzproblemen erhöhen können. Das werde ich auch tun. Ich denke, es ist wichtig, alle Informationen zu haben, um sicherzustellen, dass wir uns um unsere Herzen kümmern und gesund bleiben. Vielen Dank, Tom, für deine Hilfe und deine Tipps. Sei Teil dieses Teams. Abonniert meinen Kanal und lasst ein Like da. ABC Deutschland sagt Danke. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020